Milben leben oft in Teppichen und oder Matratzen. Leider sind diese Tierchen gefährlich, denn ihre Ausscheidungen sind oft der Hauptauslöser von Hausstauballergien. Setzen Sie deshalb auf dieses Ultraschallgerät, um diese unliebsamen Untermieter in die Flucht zu schlagen. Der effektive Ultraschall-Milben-Schreck arbeitet auf technischer Basis und belastet den menschlichen Organismus nicht mit chemischen Stoffen. Das Gerät ist im Nu-Einsatz bereit. Schließen Sie das Netzteil an und verbinden Sie es mit einer Steckdose. Legen Sie den Milben-Schreck dann direkt unter das befallene Bett. Das Gerät arbeitet mit hochwirksamen Schallimpulsen und erreicht so eine Reduzierung der Erreger in den Ausscheidungen der Milben. Ob als Allergiker oder zur Prävention. Mit Milben frei sorgen Sie für eine schonende, aber nachhaltige Bekämpfung der ungesunden Spinnentiere. Eine Investition in Ihre Gesundheit, die sich in jedem Fall lohnt. Das Gerät arbeitet mit einer Steckdose. Das Gerät arbeitet mit einer Steckdose. Vielen Dank.